Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Be One Piece Grand Adventure. Wir sind kurz vor Ende von Buggy's Reise. Ich weiß, wir rushen hier ein bisschen durch. Aber ich finde das einfach spannend. Ich werde das alles am Stütz machen. Das hier ist Buggy's verrückte Crew mittlerweile. Arlong ist hauptsächlich mein stärkster. Für die, die das nicht gesehen haben, hier ist Falkenauge. Na super. Hallo, beruhig dich. Willst du Falkenauge? Okay, ihn zu besiegen ist special. Und hier, oh Gott. Wenn es wieder so ein fucking round battle ist gegen die ganze Barockfirma, rass dich aus. Mal sehen, ob wir das so schaffen. Wir müssen 50% Leben behalten. Das war mit 30... Okay, es ist gerade die. So, die haben ordentlich Leben. Aua. Was ist denn da? Leider keinen getroffen mit dem letzten, am wichtigsten Angriff. Okay, aber ich denke, das schaffen wir. Und erledigt. Okay, easy. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Auch okay. Auch okay. What a nightmare. This place is crawling with the Navy. Can't... Bakiaki. Can't even chase down strawheads. Okay. Leider führt das hier nirgends hin. Also müssen wir zum Falkenauge. Bonus-Mission ist, ihn zu besiegen. Mein Name ist Hawke, ich bin Mihawk. Ich habe ein bisschen Zeit, um zu töten. Vielleicht eine Runde von Piraten, nur für die Bounty. Auch hier wieder. Jhin ist, glaube ich, fertig. Dann nehmen wir Butchi. Flecki. Aces Boot ist noch ein Problem, weil dann muss ich Ace spielen. Sonst kann ich das nicht nehmen. Aber ich denke, wir können das schon noch irgendwie schaffen, ja. I am the world's greatest swordsman. Hey Hawke, it's been a while. Let's go at it around. Okay, eigentlich will Falkenaugeen kämpfen. Ja, das war so klar. Ja, das war richtig... Ah, sieh! Oh, oh. Fuck, hier ist schon so klar. Au, 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 au! Okay. Kreis, Kreis, Viereck. Ich hoffe, das reicht irgendwie. Wir nehmen jetzt einfach mal was, was er nicht erwartet. What's the difference between you and me? You still don't know? It's... Our species! Das Problem ist halt echt sein Unterstützungsding, das hier rumbuselt, das ich absolut nicht vernichten kann. Glaube ich jedenfalls. Das ist vielleicht... Nee, eigentlich geht's nicht weiter. Er brennt. Nee, machst du nicht. Oh. Oh, Hilfe! Okay, und Tschüss. Oh, daneben. Das wär's. Okay, gut gemacht. Puh. Mein Empire wird wieder aufhören. Win! Das ist die Kraft der Mervin. Ah, super wollte ich noch nehmen. Gut, weiter geht's. Als nächstes haben wir wieder ein Rumble Battle. Wir jetzt springen niedrig, das ist nicht gut. Aber ich denke, das schaffen wir. Wir haben kein Special, kein Nichts. Ich weiß, wir benutzen sehr oft Harlong. Aber das wird auch wahrscheinlich so bleiben, denn die Level sind echt hart. Und er ist der Einzige, der wirklich gute Stats hat. Oh, je. Das sind ziemlich viele. Wenn ich grad so schaue. Oh Gott, ich bin ja richtig niedrig. Oh. Okay, der wollte nämlich angreifen. Auch gut. Das war klar. Aua. Dafür ist es überhaupt zeitlich. Ich denke schon, aber... Oh, da ist ein Problem. Ich bin wahrscheinlich noch ein paar Fernkämpfe irgendwo versteckt. Ach komm, leck mich. Oh je. Können da aber echt knapp werden, aber wenn nicht mit Arlong, schaffe ich es mit keinem. Aua. Alter. Ja, das schaffen wir irgendwie. Äh. Oh je, 10 Sekunden. 3 Gegner. Oh nein. Die sind ein Problem, die sind ein Problem, die sind ein Problem. Nein. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Okay. Okay, okay. Oh, oh nein. Nein. Ah ja, fuck. Das könnte ein Problem werden. Oh shit, Alter. Das müssen wir noch mal probieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich meine Strategie genommen kann. Aber dieser Angriff ist schon mal gesplitzt, weil der macht ordentlich der Match. Ja, also mit der Kombo-Krieg zieht sich um einiges schneller Platz. Oh, die sind halt ein Problem. Aua, 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 aua. Aua. Okay, wow. Alter, okay. Ich kann den damit nicht angreifen, der unterbricht mich. Okay. Die fucking Aua. Tankkämpfer haben mich. Alter. Nicht nur die Tankkämpfer haben, ich muss sagen, doch. Das war eine Herausforderung. Allein schon von Zeitmanagement her. Aber wir haben es geschafft. Irgendwie. Lächerlich wenig Erfahrungspunkte, aber okay. So ist. Und die nächste Welt. Miss... Weltfall. Mr. Two. Mehr als 50% Leben. Äh, ja, dann nehmen wir am besten tatsächlich wieder Ahnung. How dare you. Who do you think you are? I don't have time to be fighting pirates, so don't twist my tutu. Tutu. Keine Ahnung. Okay. I'll crush you with my hand. Dann darf Hachi jetzt mal dran kommen, oder auch Okta? Wir sollten aber am Ende dieses Parts oder am Anfang des nächsten Parts nochmal zurückreisen und die ganzen Special-Sachen machen. Alter. Du gehst... Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Oh mein Gott. Ah, ich kann nicht springen. Okay. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fickt euch doch alle. Oh mein Gott. Ich kann dem Boomerang nicht ausweichen, weil ich mich springen kann. Also ich kann schon springen, aber fucking niedrig. Ja, super. Okay. Immerhin. Du gehst mir so auf die Leer auf ihn. Ich brauch dringend Geld. Oh, ich krieg viel zu wenig Geld. Der macht gerade Timon kalt. Oh. Okay, okay, jetzt reicht's. Mehr reicht's. Reiß, reiß. Ja. What's the difference between you and me? You still don't know? It's... Oh, okay, ich hätte auch stärker nehmen können. Are speaking. And destroy. Und erledigt. Da gab es jetzt kein Special, äh, Ende, glaube ich, also, was ich tun sollte. Doch, aber ich habe es überhaupt nicht gerissen gekriegt. Okay. Ja, also, den müssen wir nochmal machen. Okay. Wir haben hier ein neues Gebiet, da können wir aber nicht hin. Und wir haben Tashigi. Wir haben uns 60 Sekunden Zeit, wir müssen es aber in 50 schaffen. Ich denke, das schaffen wir. Buggy, der Clown, we don't need your messing things up. I think I'll arrest you right now. Ja, aber du darfst jetzt erst mal mit den Kaffee. gegen Arlong kämpfen. Irgendwie kommt Arlong in jedem fucking Power dran. Also nonstop jede Insel. Ja, was sollen wir machen? Wir haben sonst gerade keine, die interessant ist. Und das ist schon wieder ein Dreck. Ja, verdammt. Ich mag den Angriff und ich kann endlich wieder gescheit springen. Oh, die rufen einfach mal Hachi. Okta. Hachi. Nö, einfach nö. Das wieder hinterher sind so ein Sechs-Schwertchen hier. Da komm runter. Ja, also die kriegen wir locker platt. Auch mit der Zeit. Aber das Gelänge ist ein Nerf. Huch. Ich glaube, die wollte mich gerade grabben. Und Schiss. Das hat gut hingehauen, auch mit der Zeit. Easy peasy. Ja. So, das hätten wir geklärt. Wir bekommen das Schwert. Ein Schwert. Ich nehme ein Toshigis-Schwert, weil ich wüsste nicht, wer es denn sonst. Vielleicht Buggies. Mit dem Ruffy köpfen wollte. Aber gut. Nächstes ist Smoker. Oh, wow. Mehr als 50% Leben. Wenig Schaden durch Angriffe. Ich muss mich auf Super-Attacks fokussieren. Oh, man. Es ist dich wieder. Was löser Glück. Fuggy, der Clown. Du irritierst mich. Der Krokodil ist auf dem Weg. Er will, das Land zu zerstören. Du bist kleine Potatoes. Aber hey. Ich muss mich lieber locken dich, seit du bist hier. Vergiss es. Es ist nicht Zeit, um zu beobachten. Wir lassen sich alles einmal und für alle. Ja. Okay. Er ist plötzlich Ivan-Chan geworden. Ivan. Ivan. Ivan Koff. Wir kommen hier recht flott durch. Das finde ich gut. Und hopp. Und zack. Okay. Macht weniger Schaden als erhofft. Das war blöd von dir. Aua. Verdammt. Ah ja. Leck mich doch am Arsch, Junge. Hey. Was macht er denn jetzt? Macht sie und nicht bei uns, schlägt in die falsche Richtung. Cooler Trick. Oh mein Gott, Alter. Du nervös. Hallo. Oh, fuck. Aaaaaah. Ich versuch's einfach noch mal. Ne, er weich da aus. Mehr oder weniger. Oh je. Der wird hart. Ich glaube, es wird hart den noch zu besiegen, ehrlich gesagt. Du nervös, ganz ehrlich. Ich habe auch noch Lowjumps. Super. Hier kommt der Knopfder. Komm schon. Jawohl. Oh. Nein. Okay, er wollte mich... Oh Gott. Äh. Muss ich ihn mit ner Zeit besiegen? You can escape from me. Der nervt. Okay, ich glaube, wir können schaffen. Ja. Puh, erledigt. Gerade so. Sehr schön. Oh Gott, was denn das für eine Aufgabe, ey. Wie soll ich das denn schaffen? Also manche Aufgaben sind echt noch ziemlich hart. Die werde ich auf keinen Fall schon schaffen. Aber jetzt erstmal zu Crocodile. Würde ich annehmen. Selbes Problem. Wie bei Smoker. Also nehmen wir wieder Arlong. Aber diesmal müssen wir einen Secret Attack gewinnen. Und danach machen wir wahrscheinlich noch die Specials, die noch fehlen. Hä? Warum ist Crocodile lying here? Who do you think I am? You're way out of your league here. Don't mess with me. What? He stood right up, but he was knocked out cold. Okay. Oh nein, ich schon wieder. Oh, es hat irgendwie getraut. Au, 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 au. Okay, das ist nicht gut. Au, ach. Nein. Nein, 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 nein. Ihr tut mir weh. Hört auf. Oh Gott, ich treffe die Alte nicht. Oh, fucking hell. Oh, je. Okay, der steckt hier fest. Das ist schon mal ganz gut. Das klappt überhaupt nicht, wie es soll. Das klappt überhaupt nicht, wie es soll. Aua. Nein, nein, nein. Das tut... Ach, du Scheiße. Ich kriege den so aber nicht glatt. Nein. Ich habe ja noch Öl abbekommen. Oh, okay. Okay, irgendwie ist der besiegt. Ich weiß aber noch nicht, wie ich Crocodile jetzt besiegen soll. Ich muss... Ich setze wahrscheinlich viel zu früh ein. Aber ich muss versuchen. So, da muss ich nicht reichen. Das war aber eh klar, dass er das kommt. Okay, wenn ihr das nächste ist, dann Technik oder Weisheit. Ich sollte aufpassen mit dem Feuer. Das kann mich insta-killen. Okay. Aber ich glaube, ich bin immer noch nicht gut mit dem Damage. Ich versuche ihn hier ein bisschen zu ärgern. Aber jetzt muss es reichen. Wenn ich ihn treffe. Wenn ich ihn treffe. Au! Uncool. Fucking uncool. So ein Drecksack. Haut der mir einfach die Kiste in die Fresse. Scheiße. Oh, Mist. Okay. Ich weiß nicht wie, aber ich muss gucken, dass ich die scheiß Barocker-Kenten so schnell wie möglich verkriege. Ja, weil genau das hier sonst passiert. Oh, fucking Sand. Nein, 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 nein. Rass mich doch in Ruhe. Oh, ich weiß nicht. Guck mal. Lass mich irgendwas hinten. Oh, okay. Das war kauf. Oh, je. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay. Oh, die Eile ist down. Oh, nicht. Deck hier. Nein. Aua. Nicht gut. jetzt habe ich näher ansatzweich die Schauspieler die Vergiftung ist nicht mich das macht ihnen Damage Au! Nein, das ist nicht gut Ok, ich brauche das hier und Technik, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen Ah, du Penner Wieso weiß er das? Wieso weiß er, was ich nehme? Wieso weiß er es? Scheiße Aber ich glaube, ich sollte ihn... Ah, nein! Nein! Nein, nicht gut! Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut Ok Sollte ihn ein bisschen durch die Gegend Na, gar nicht gut Ok, Kreis-Kreis-Vieck Nein! Nein! Goddammit, es kann doch nicht so schwer sein, den Penner zu besiegen Oh, das hätte besser sein können Oh! Oh, nein! Oh! Du Dreckssack, du nervst! Nein! Fuckin! Fuckin! Alter, das ist nicht so... Keine Chance! Keine Chance! Ok, beide sind besiegt, aber ich halt auch fast! Und weiß nicht, was genug Damage macht, dass ich ihn mit der Super-Segur-Attack-Hillen kann Nein! Aua! Jetzt könnte es reichen, aber ich brauche dringend Gold Sehr dringend! Also weg hier! Kann ich... Nee, kann ich nicht Ich kann nur in Richtung des Gegners dodge... äh, dashen Oh, es reicht doch nicht! 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 Wenn er mich hittet, dann bin ich tot! Nein! Aaaaaaah! Dreck! Alter, ist das schwierig, Mann! Es sollte nicht mal so schwierig sein! Haaaah! Fuck! Das gibt's doch nicht, ey! Das ist der einzige, mit dem ich machen kann, glaube ich, hier Oh mein Gott, Alter! Ist das grauenvoll gerade! Ah, es nervt mich doch nicht! Ich kann nichts machen! Nein, nicht schon wieder, Mann! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Ich hab langsam echt keinen Bock mehr! Oh mein Gott! Ah, nix geht! Ja, besiegt mich halt ganz ehrlich! Das wird nix! Oh Mann! Es ist grauenvoll! Fuckin' Crocodile mit seinen Fuckin' Agent Ricks! Ich würde ihn so leicht besiegen, wenn die nicht wären! Ich krieg's kotzen, ganz ehrlich! Okay, das hat schon mal ordentlich Schaden gemacht! Nein! Okay, einer ist grauen! Was hat er getan? Nein! Kann sie halt nicht mal angreifen, solange mich Crocodile hier davon abhält! Okay, das sieht doch schon viel besser aus! Jetzt haben wir halt ein bisschen viel Spaß gemacht! Wir leben für die Secret Attack! Das bedeutet, ich muss ihn jetzt ziemlich... Down! Hauen! Bevor ich... Oh, oh! Oh! Jetzt kann ich die Secret Attack machen! Oh! 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 geserbten auf so klar das war nicht wirklich was ich machen soll wenn er das dauernd kommt aber wirklich jedes Mal egal was ich ich nehme das nächste Weisheit nein 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 weh Butchie Kildin weh Flecky Kildin Flecky hau ab lass ihn in Ruhe tu ihm nichts aahhh 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 der stirbt gerade von selbst wenn jetzt irgend obwohl jetzt kann ich ihn besiegen außer Flecky macht das dann habe ich ein Problem Flecky hau ab also you ok das sollte es gewesen sein egal ob ich das hier jetzt hinbekomme oder nicht was ist die Unterschiede zwischen dir und ich? du wirst noch nicht wissen? das ist ein Merman's power Gut, das wär's. Fucking Crocodile. Er hat mich jetzt echt aufgeregt und wir bekommen jetzt Sia. Und... Dann haben wir noch ein super Level. Pant, pant, how did it happen? Ich mein, pant bedeutet keuchen. How could a puny pirate gang beat me? Strahd, I'll get you for this. What? Strahd, huh? Luffy beat Crocodile? Impossible. He's one of the seven who are lost of the sea. Hey, little girl, you know a trap named Strawhead? Even if I did, I wouldn't tell you. You're a mean old pirate. Is that so? Well, I'll just have to make you tell me. Okay, ähm, es gab kein Special, glaub ich. Ne, einfach kurz besiegen. Sollte schnell gehen. Können auch mal wieder jemand anders nehmen. Zwei FBAs. So, wer hier jetzt noch fehlt, sind Kabachi, Ritchie und, äh, Flecky. Ne, nicht Flecky. Siam. Siam heißt das im Deutschen auch. Siam. Und dann hätten wir auch hier alle fertig. Aber ich glaub, das schaffen wir gar nicht. Oh, nein! Chaka und Peru sind hier. What the fuck? Ich kann nix machen. Alter, Mädel, lass mich... Oh Gott! Oh! Okay. Peru schielt ein bisschen. Das ist ganz gut. Au, Chaka leider nicht. Oh, das war schlecht. Ah, ihr könnt mich langsam mal. Ganz ehrlich. Ist eigentlich mit... Oh! Chaka und Peru, warum... ...sind die so stark? Die haben zu viel Leben. Oh! Und er trifft mich auf Dauer. Gott, ihr geht mir auf die Nerven. Wisst ihr das? Oh Gott. Jetzt wirft mich doch nicht so richtig gegen. Ich weiß nicht, wie ich die besiegen soll. Oh, fuck hier. Einer ist down. Zwei sind down. Und ich hab ein Damage-Pilos. Oh! Fuck! Jetzt hatte ich die endlich besiegt und dann macht sie mich trotzdem platt. Ich könnte... Ich fahre noch ins Wasser hier. Super. Fuck off, Vivi. Ganz ehrlich. Scheiße. Irgendwie gucken, die beiden Unterstützer zuerst zu besiegen. Nein! Die hat mich das trotzdem getroffen. Und es killt leider nicht mal Chaka. Der ist zu stark. Ich kann ihn auch nicht blocken. Nicht mehr, jedenfalls. Okay, einer ist down. Und... Oh, wo werfe ich das denn hin? Ich will Chaka besiegen. Ah! Ah! Der lebt immer noch. Das glaube ich einfach nicht. Ah! Der hittet mich dreimal. Wenn ich... Okay, klappt es. Jesus! Er ist ein Angriff, okay. Okay, das war... Elegant, Milady. Hint. Ein Hit noch. Komm schon. Ah! Ein Hit sag ich! Okay. Jesus Christ. Muss ich noch so spannend machen am Ende. Ganz ehrlich. Gut. Meine Fresse. Danke. War auch bitter nötig. Ja, keine Ahnung. Okay. Schön. Wir haben noch ein Gebiet vor uns. Das wird im nächsten Part passieren. Es ist der Eternal Compass. Ich nehme den Eternal Compass. Sie haben bereits geblieben. Und es ist kein Problem, sie zu folgen. Sie sind auf eine magische Isle in der Skye. Sie werden sie nie finden. Eine magische Isle? Sie träumen? Komm schon, Mann. Find Royals Crew. Okay. Ja, ja. Weiter kommen wir aber wohl nicht. Wir werden Ruffy wahrscheinlich nicht erreichen. Aber im nächsten Part werde ich gucken, dass ich noch die Sachen hole, die ihr noch fehlen. Für diesen Part war es das jetzt aber. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.